Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Passion Sehnsucht der Frauen in der Regie von Anna Bergmann. Die Regisseurin und Karlsruher Schauspieldirektorin ist nicht mit dem großen schwedischen Filmemacher und Theatermann Ingmar Bergmann verwandt. Dennoch ist sie eine Expertin für seine Stoffe. Am Staatstheater hat sie mit großem Erfolg Szenen einer Ehe inszeniert. Mit der deutsch-schwedischen Koproduktion Persona am Deutschen Theater Berlin und dem Theater Malmö war sie im Mai 2019 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Anna Bergmanns Inszenierung mit Corinna Haafuch und der schwedischen Schauspielerin Karin Littmann wurde von Dreisat aufgezeichnet und war für alle, die es bisher nicht ans Deutsche Theater in Berlin geschafft haben, auch im Fernsehen zu erleben. Zur Eröffnung der Spielzeit 2019-20 hat die Regisseurin nun einen neuen Ingmar Bergmann-Abend für ein großes Ensemble im Kleinen Haus des Staatstheaters inszeniert. Sie verwebt die Geschichten aus drei Filmen zu einem dichten Kammerspiel. Ingmar Bergmanns Filmkomödie Sehnsucht der Frauen von 1952 liefert die Grundsituation. Hinzu kommen Szenen aus den Filmen wie in einem Spiegel von 1961, der mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film 1962 ausgezeichnet wurde und der Film Eine Passion von 1969. Alle drei Drehbücher wurden noch nie auf dem Theater gespielt und werden am Staatstheater uraufgeführt. In Anna Bergmanns Augen schreibt Ingmar Bergmann, Zitat, Das sind große und klassische Lebensthemen, die Ingmar Bergmann auf eine teils sehr humorvolle, teils sehr abgründige Art, in seinen Texten verhandelt. Zitat Ende. Zum Inhalt. Sechs Frauen, vier davon mit den Brüdern Lobelius verheiratet, verbringen den Sommer gemeinsam im Haus der Familie auf den Scheren. Ferien mit der gesamten Verwandtschaft auf einer einsamen Insel. Eine absolute Albtraumvorstellung für viele Menschen, aber eine tolle Setzung für einen Theaterabend, mit hochkomischen und tief tragischen Momenten. Bereits angereist sind die Damen Karin, Annette und Raquel Lobelius, Martha, die ein Kind mit Martin Lobelius hat, sowie Raquels Mutter Elisabeth, eine erfolgreiche Schriftstellerin in der Schaffenskrise, sowie Raquels kleine Schwester Mai. Die Männer lassen auf sich warten. Um sich die Zeit zu vertreiben, erklärt jede der Frauen sich bereit, über einen prägnanten Moment ihrer Beziehung zu sprechen. Die Erzählungen unterscheiden sich in Stil und Stimmung, schlagen dramatische wie komische Töne an, schildern aufreibende Affären und unreife Partner, Gefühle wie Einsamkeit und Scham, zeugen von Verlust und Rache, Macht und Verführung, aber auch von unbändiger Lebenslust, romantischen Ideen wie albtraumhaften Prüfungen. In einer Bergmanns Theaterfassung erlebt man im ersten Teil zwei Rückblenden. In der ersten Rückblende erinnert sich Martha an die glückliche Zeit, als sie Martin Lobelius in Paris kennenlernte. Eine unbeschwerte Liebe mit dem jungen schwedischen Maler, der in der Malerei so fleißig war wie in seinen Liebesabenteuern. Für Anna Bergmann eine riesen Love-Story. So ist die Rückblende zunächst fast wie in einem romantischen Musikvideo als Choreografie inszeniert und kommt, wie auch schon Ingmar Bergmann in dieser Episode, fast ohne Worte aus. Als Martha Martin erzählen möchte, dass sie schwanger ist, hat Martin soeben erfahren, dass sein Vater verstorben ist. Martins Brüder Paul und Frederik fordern eine sofortige Rückkehr in die Heimat und drohen andernfalls alle Zahlungen einzustellen. Martin ist so gebannt von dieser Nachricht, dass er Martha gar nicht zu Wort kommen lässt. So erfährt er zunächst nicht, dass er bald Vater wird und Martha entschließt sich, das Kind alleine zu bekommen. Die zweite Rückblende ist eine Geschichte, die sich circa ein Jahr zuvor auf der Insel zugetragen hat. Nach dem Film Passion. Ingmar Bergmanns Drehbuch ist in Form eines Tagebuchs verfasst und zeichnet das Psychogramm von Anna Fromm, die ihren Ehemann und ihr Kind bei einem Autounfall verloren hat. Diese Geschichte erzählt Karin Lobelius, die ein Tagebuch in Tonbandaufnahmen führt. Im Rückblick erzählt Karin von ihrer Freundin Anna Fromm, die längere Zeit im Haus der Familie Lobelius verbrachte. Anna war damals schwer traumatisiert. Bei einem Autounfall hatte sie Mann und Kind verloren. Auf der Suche nach einem Telefon lernt sie Karins Nachbarn, Andreas Winkelmann, kennen und lässt dort versehentlich ihre Handtasche liegen. In ihrer Handtasche befindet sich der Abschiedsbrief ihres verstorbenen Ehemannes. Als Andreas die Tasche zurückbringt, lädt ihn das Ehepaar Karin und Frederik Lobelius zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Sowohl das Ehepaar als auch Anna Fromm zeigen ein gewisses Interesse an dem einsiedlerischen Nachbarn. Als erste geht Karin ein Verhältnis mit ihm ein. Wenige Monate später entwickelt sich auch ein Verhältnis zwischen Anna Fromm und Andreas Winkelmann. Beide sind sehr einsame, in sich zurückgezogene Menschen, die um Nähe ringen und am Ende feststellen müssen, dass die Fremdheit zwischen ihnen unüberwindbar bleibt. In dieser Episode arbeitet die Regie mit Voice-Over-Stimmen als Verfremdung. Die Texte sind aufgenommen. Ingmar Bergmann hat über diesen Film gesagt, dass es darum geht, die Absurdität der Fremdheit zweier Menschen innerhalb einer Beziehung in ein absolutes Extrem zu treiben. So hat Anna Bergmann nach einer Übersetzung für dieses Fremdgesteuertsein ins Theater gesucht. Dadurch, dass die SchauspielerInnen es in den Tonaufnahmen mit vorgefertigtem Material zu tun haben, sind sie ganz real in einer solchen Fremdsteuerung. Zugleich geht es um das Thema Wahrheit. Inwieweit verschiebt sich die Realität durch meine Erinnerung? Und was ist meine persönliche Wahrheit? Als Karin ihre Erzählung und damit die zweite Rückblende beendet, treffen die Herren der Schöpfung ein und feiern mit ihren Frauen eine ausgelassene Sommernachtsparty. Der zweite Teil schildert die Ereignisse eben dieser Nacht. Im Rausch unterzieht Annette ihren Ehemann Paolo Bellius vor Augen der gesamten Familie einem intimen Verhör und deckt die zahlreichen Seitensprünge der vergangenen Jahre auf. Die vierte Episode, die sich ebenfalls noch in jener Nacht, also in Echtzeit des Theaterabends abspielt, ist die von Rakel und stammt aus dem Film Wie in einem Spiegel. Rakel ist mit Eugen Lobellius verheiratet. Vor gut einem Jahr haben die beiden ihren gemeinsamen Sohn David verloren. Seitdem hört Rakel Stimmen. Nicht nur die ihres Sohnes, sondern auch solche, die ihr die nahende Ankunft Gottes verkünden. Immer mehr fühlt sie sich in diese andere Welt hineingezogen. Man kann nicht in zwei Welten leben, sagt sie. Man muss wählen. Rakel und Eugen haben auch Rakels kleine Schwester Mai bei sich aufgenommen, da die Mutter Elisabeth, eine erfolgreiche Schriftstellerin, ständig auf Reisen ist. Doch zum gemeinsamen Familienurlaub ist auch Elisabeth angereist. Trotz hoher Verkaufszahlen ihrer Bücher befindet sich Elisabeth in einer Krise. Nun versucht sie, die psychische Krankheit ihrer Tochter für ihr Schreiben fruchtbar zu machen. In ihrem Tagebuch notiert sie, Zitat, Als Rakel heimlich in Elisabeths Tagebuch liest, fühlt sie sich noch einmal mehr von ihrer stets abwesenden Mutter verraten. Nachdem Rakel zu ihrem Mann Eugen keine Nähe finden kann, geht sie einen kurzen Flirt mit ihrem Schwager Martin ein und lässt es sich nicht nehmen, ihrem Mann den Seitensprung mit dem eigenen Bruder zu beichten. Rakels Seelenzustand verdüstert sich zunehmend. Schließlich bittet sie ihre eigene Mutter, die sie in entscheidenden Lebensmomenten immer im Stich gelassen hat, sie auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Im Verlauf dieser Sommernacht beginnen Wahn und Wirklichkeit immer weiter zu verschwimmen. Denn wie Elisabeth sagt, Zitat, Wirklichkeitsgefühl ist eine Sache der Begabung. Manchmal frage ich mich, ob das allen Menschen so geht oder ob einige vielleicht eine größere Begabung haben zu leben als andere. Ob einige Menschen vielleicht niemals leben, sondern bloß existieren. Ingmar Bergmann, geboren am 17. Juli 1918 in Uppsala als Sohn des Pastors Erik Bergmann und seiner Ehefrau Karin, wuchs in einer strengen, bürgerlichen und natürlich vom protestantischen Glauben geprägten Familie heran. Moralisch predigend der Vater, herrisch und impulsiv die Mutter. In seinem Film besticht Ingmar Bergmann durch eine grandiose Beobachtungsgabe. Im Fokus stehen häufig Frauenfiguren, die emanzipiert und stark erscheinen, aber auch berechnend und gefühlskalt. Ingmar Bergmann selbst war fünfmal verheiratet und war Vater von neun Kindern. Generell sind zwischenmenschliche Beziehungen in allen Facetten ein großes Thema in seinen Filmen. Er ist ein Meister des psychologischen Dramas. Seine Werke sind offen autobiografischer Natur. Durch seine Filme versuchte er, sein eigenes Seelenleben zu ergründen und schaffte dies mit bemerkenswerter Objektivität und Ehrlichkeit. Ihn interessierte alles rund um den Menschen, Glauben, Wahrnehmung, Beziehung. So schreiben die Filmkritiker Markus Metz und Georg Seslehn über Bergmanns Werk, Zitat. Die Familie, die Identität, die Lüge, die Maskerade, die Liebe und noch mehr der Mangel daran, der unauflösbare Widerspruch zwischen Lust und Moral, Heuchelei und Entlarvung, das alles spielt in Ingmar Bergmanns Film eine große Rolle. Und vieles, wenn nicht beinahe alles, ist maskierte Autobiografie, ist zugleich Fabel und Bekenntnis, ist zugleich moderne Seelenforschung und cineastisches Revivre. Ein Mensch schafft ein Meisterwerk auf der Suche nach sich selbst. Oder aber, ein Mensch schafft ein Meisterwerk auf der Flucht vor sich selbst. Zitat Ende. Der Durchbruch gelang Ingmar Bergmann mit dem für die 1960er Jahre extrem skandalösen Film Das Schweigen. Er gehörte mit Wie in einem Spiegel und Licht im Winter zu den drei Filmen der sogenannten Glaubenstrilogie. In allen dreien ringen die Hauptfiguren mit ihrer Unfähigkeit, an Gott zu glauben und Beziehungen zu anderen Menschen herzustellen. Das Schweigen löste wegen seiner freizügigen, erotischen Darstellungen einen Skandal aus, wurde in einigen Ländern verboten bzw. stark zensiert, jedoch einer von Bergmanns Filmen mit dem größten Publikumszuspruch. Seine schonungslose Offenheit und die sehr bildlichen sexuellen Darstellungen machten Ingmar Bergmann zum erbarmungslosen Filmautor. Weitere große Werke wie Wilde Erdbeeren, Persona, Szenen einer Ehe oder Fanny und Alexander unterstrichen seine unverkennbare Handschrift. Ingmar Bergmann starb am 30. Juli 2007 auf der schwedischen Insel Farö, die seit einigen Jahren sein Wohnort war und Schauplatz vieler seiner Werke, darunter auch Passion. Ingmar Bergmann war auch ein Erneuerer des Theaters, der seine Arbeit mit SchauspielerInnen auf ein ganz anderes Niveau brachte. Nach Differenzen mit der schwedischen Steuerbehörde verbrachte er eine Zeit in München und inszenierte in den 1970er Jahren am Residenztheater unter anderem die Bühnenfassung von Szenen einer Ehe. Mit über 60 Filmen, 170 Theaterinszenierungen und über 100 schriftlichen Publikationen war Ingmar Bergmann zweifellos einer der produktivsten Künstler des 20. Jahrhunderts, der auch heute noch weltweit als kreatives Genie verehrt wird. Insbesondere bekannt und bewundert für sein unnachahmliches Gespür in der Inszenierung psychologischer Dramen, prägte Bergmann wie kaum ein zweiter Regisseur das europäische Erzählkino. Über die Jahre seines Schaffens hinweg, bereits mit zahlreichen Preisen geehrt, erhielt Ingmar Bergmann auf dem 50. Filmfestival in Cannes im Jahr 1997 die Auszeichnung als bester Filmregisseur aller Zeiten für sein Lebenswerk. Anna Bergmanns Inszenierung Sehnsucht der Frauen erzählt von den Grenzen zwischen Vision und Erinnerung, Lüge und Wahrheit, Möglichkeitsraum und Wirklichkeitsraum. Die Grenzen verschwimmen zusehends. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. So laden wir Sie herzlich ein, an diesem Theaterabend Ihre eigene Wahrheit zu finden. Einen guten Abend wünscht Ihre Dramaturgin Anna Haas. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020